WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Entschuldigen Sie? Hey! Oh! Ah! Sorry, war beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte... mein Auto... Ist das nicht dein Auto, Eason? Oder wir wissen es ja nicht so richtig. Der Kunde sieht mir auch irgendwie ein bisschen scheinwillig. Hey! Sie haben vielleicht eine Geduld. Das Auto ist seit zwei Jahren hier. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Drittes Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende der Werkstatt. Danke. Einen schönen Tag noch, Meister. Das Auto steht seit zwei Jahren hier. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Auto... Ein Auto? Warum soll ich ein Auto suchen? War ich schon mal hier? Ich erinnere mich nicht. Nein. Da ist doch kein Auto. Unser Auto. Ein Auto. Und dann... Wir wollen da runter. Oh! Ich weiß nicht mal, ob der Typ hätte irgendwo sagen können, ob der uns kennt. Beide hier lang. Also hinten hat er irgendwo gemeint. Ne, dann gehen wir halt erstmal hinter. Ah, okay, gut. Gibt es vielleicht sonst noch irgendwie was hier aus Interessantes? Nö, 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 nö. Dann steigen wir mal ein. Hey! Aha. Da was drinne? Nein, scheint nicht so. Hier. Hier. Ah. Navigationsgerät, Navigationsgerät würde ich mal so sagen. Ja, du schalt's auch mal ein. Ihr Ziel liegt vier Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Aha, hinter dem... Ich seh schon, das Gerät weiß einiges. Boah. Das ist mir wohl das ähnlichste, was die nicht so toll hingekriegt haben, finde ich. Die Autos, die sehen so... unecht groß, finde ich. Die Stationkreuzung links abbiegen. Rechts halten und die erste Ausfahrt nehmen. Wofür ist uns hin? Oh... I sin devrait du doch da Ihrer Zeit? Sehr dubbeder... Na gut. Oh Gott, das Nebel. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway fünf Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in fünf Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Ah, okay. Los geht's. Zertion. Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Los. Oh, jetzt wird es wieder interessant. Wrong way. Na los. Schwierig. Ich sehe nichts. Nebel. Ich schaffe das. Los. Ei. Ho, ho, ho. In vier Meilen haben Sie Ihr Ziel erreicht. Nein. Weg. Weg. Auf mich. Nein. Äh, wie lange? Auf control. Das ist ja höchst gefährlich hier. Seht ihr nicht an sich kommen? Das haben wir schon wieder gemacht, oder? Oh ja. In zwei Meilen haben wir ihr Ziel erreicht. Oh, was ist das denn? Eine Maut? Komm schon aus dem Weg, verdammt aus dem Weg, los! Fuck, Bullen. Oh ja, die haben da den ganzen Tag nicht rumgestanden, oder was? In einer Meile haben sie ihr Ziel erreicht. Oh Gott, Raben. Oh, scheiße. Rüber. Die wo da auch? Was nicht? Ja, schön. Oh, scheiße. Boah, ich bin eh gebrünt, klar. Boah, 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 boah. Habe ich den noch geschafft? Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Eh, bloß. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Jetzt hol das Ding da raus. Raus aus dem Auto hier. Ja, schön. Abschneiden und vielleicht raus hier. Ja, R1. R2. Nach oben. Boah, Mensch, mach doch hin. Hallo, hier drinnen brennt's. Und hier drinnen wird's immer heller. Ja, ha, ha, ha. Also, Schwede. Ey, mach doch mal hin, jetzt hinter dir brennt's schon, ich schweins. Raustreten. Nee. Drei. Oh che. Ho! Ey, der Zauber allerhöchster Eisenmann. Ja. Ließ um zu bringst, ich kann man ins Grab. Ich muss jetzt noch ein Stück drinken. Gahhhhhh 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 Ich seh nischt Wo sehen? Da Gibt mir mal Buchstaben Oder Zahlen Zahlen sind immer noch besser Aha 5 R E T Gahhh 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 Gahhh